Ludwigsburg, 28. Juli 1930 Mein lieber, lieber Walter! Vielen, vielen Dank für deinen lieben Sonntagsbrief, der aber dieses Mal erst am Montag hier eintraf. Na, schadet nichts, dann habe ich doch dafür heute noch die Freude gehabt und es ist nicht so arg lang bis zum nächsten Brief, bis zum Sonntag, zu hoffen, dass auch mal während der Woche ein Grüßlein von dir zu mir geflattert kommt habe ich schon längst aufgegeben, das ist eine zu große Seltenheit. Klingt das nun wieder wie ein Vorwurf, wohlt Erlein? Es soll aber sicher keiner sein, ich wollte dir nur zeigen, dass ich aus allem doch immer wieder ein Gutes herauslesen kann. Du kannst es ja auch so fein, wenn du in deinem Brieflein davon sprichst, dass es eigentlich nicht noch schöner wäre, wenn mein Aufenthalt am Bodensee und deine Ferien nicht zusammenfallen würden. Dort könntest du mich auch ohne Ferien mal besuchen und ein Zusammensein in deinem Urlaub, liebe uns doch noch, fein hast du dir das ausgedacht. Kleine Schmieden darf man ja, wenn nachher dann auch alles anders kommt. Gretel geht ja auf jeden Fall nach Wangen, dann kannst du ja auch sie dort einmal aufsuchen, es ist doch immerhin jemand aus der Heimat, es braucht ja nicht gerade der langweiligste Vertreter Hilde zu sein. Am Donnerstag habe ich Wiff an den Zug begleitet, ein klein bisschen ist mirs da doch in die Glieder gefahren, Fernweh heißt man das, glaub ich, es ist halt auch zu schön so den lieben langen Tag am Strand zu liegen und ins Blaue hinaus zu träumen. Wir fuhren nach Heidelberg-Mannheim-Worms-Mains-Wiesbaden und wieder zurück, ein bisschen viel für einen Tag aber schön war's doch, es war das erste Mal, dass ich am Rhein war. An die Franzosenzeit erinnern nur noch ein paar französische Werkbezeichnungen, die deutsche Ruhe und Sauberkeit macht sich überall wieder bemerkbar. Wir begegneten verschiedentlich langen Nationalisten-Zügen und an Häuserfronten in riesigen Lettern die Aufschrift, wählt Hitler. Auf den Ausgang der nächsten Wahl, kann man doch sehr gespannt sein, da gibt's sicher manche Überraschung. Hermann ist noch nicht in Berlin, bis Mitte August wird es wohl schon noch gehen, bis er hin kann. Du glaubst, dass sein Minderwertigkeitsgefühl an seinem Leiden mit Schuld trägt, das ist wohl nicht ganz richtig, der umgekehrte Fall ist wahrscheinlicher. Sein Leiden hat das Minderwertigkeitsgefühl erst zum Ausbruch gebracht, das ist ja auch sehr leicht verständlich. Hoffentlich kann ihm der Berliner Arzt helfen. Du erzählst mir, dass du nun wieder sehr viel Selbstvertrauen habest, das ist herrlich, wohlt alle, ich freue mich für dich. Es ist doch ein großes Glück, dass du die Stelle in Basel bekommen hast, deine Arbeit befriedigt dich, und Befriedigung ist doch das Höchste, was wir erreichen können. Walter, es ist arg lieb von dir, dass du denkst, auch ich hätte dir ein wenig dazu verholfen, richtig ist es aber doch nicht, ich habe keinen Verdienst daran. Das ist ja aber auch sehr nebensächlich. Wenn du mal wieder ein Buch haben möchtest, schreib es mir bitte, ich freue mich, wenn ich dir eins schicken darf. Für das Bildele herzlichen Dank, ich finde es sogar sehr gut. Lass dich herzlich grüßen, mein Walter, von deiner Hilde.